Stirb doch! Stirb! Hey! Voller Scheiß! Aua! Aua! Voller Scheiß! Ich sag's grad nur und jetzt brenn ich! Scheiße, Scheiße! Wasser! Wasser! Ja, hallo, ihr Light! Ja, obwohl ich normalerweise ziemlich schlecht bin in PvP, hab ich mir vorgenommen, doch mal eine kleine Runde zum Spielen und wir legen los. Ja, ein Wassereimer ist besser als gar nichts. Zwei Gold haben wir auch. Okay, naja. Brauchen wir wohl ein paar Kisten, wenn wir da ein bisschen überleben wollen. Da haben wir schon mal einige Links liegen lassen, wortwörtlich. Schwimmen ist natürlich wie immer langsamer als Laufen. Und da ist schon eine Kiste. Ah, ja. Mhm. Oh, naja. Halbwegs. Nehmen wir den Next. Vielleicht klappt's da besser. Aha! Drei Diamante! Jawoll! Fünf Eise. Acht Gold. Das wir uns erst bauen können, brauchen wir natürlich Holz und haben noch 30 Sekunden Zeit, um uns zum Verziehen. Ich glaub, ziemlich viel Gegner sind noch da in der Mitte. Oh, da ist ja gar nicht in der Mitte. Wir müssen ja schon an die Wand. Na, nehmen wir ein paar Kiste, möchtest du dann niemand täuschen. Drei, sechs Diamante! Jawoll! Jetzt müssen wir uns eigentlich nur was bauen. Aber oh, es geht ja schon los. 19 Blöcke, 19 Blöcke. Hilfe! Weg, weg, weg! Kommt der? Hm. Hm, hm, hm. Zur Sicherheit. Lieber mal Abmarsch und weg der Hanne. Der verfolgt uns, oder? 33 Blöcke die ganze Zeit. Da durch. Oh, da schwand! Autsch! Au! Au! Ja, ich weiß doch, da geht's nicht um. Ich dachte klar. Ja, mit ein bisschen Vorsprung jetzt. Und... Hoffentlich finden wir gleich mal Zeit zum was craften. Weil mit dem Steinschwert und ohne Rüstung und ohne alles, das sind ja relativ machtlos. Oh, da ist jemand. Uh! Oder ein Bogen. Nein! Aua! Weg, 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 weg! Aua! Huh! Klicket! Jetzt erstmal ein ruhiger Platz. So für 62 Blöcke, ich schaue nach hinten los. Das heißt, ich muss ein bisschen auf Abstand gehen. Fünf Leben und keine Rüstung und Hunger und alles. Nicht mal Essen im Inventar, was ist da los? Hm. Sicheres Loch. Hm. Hm. Ah, unser Schnitzel. So, erstmal was essen. Hm. 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 Und jetzt ein Schwert. Und Schuhe. Und eine Rüstung. Und Helm. Oh. Ja. Hose wäre vielleicht schlauer gewesen. Hätte ja gereicht. Ja. Ja. Läuft nicht immer richtig, wenn man nicht bedenkt. Wie viel Herz haben wir wieder? Aha. Sechseinhalb. Na gut. Mittelprächtig. Boah! Ist es bloß noch sieben Spieler übrig? Ja. Wir sind sehr effektiv. So viel wie wir schon überhaupt berührt hin. Das, das können wir ja noch gewähnen. Äh. Ja. Man sieht es halt echt. Das ist ja nicht so der Profi. Ich bin auch viel zu aufgeregt. Und rechne nie damit, dass ich gleich teleportiert werde. Und das ist natürlich in dem Spielmodus. Relativ. Naja. Unnützlich. Ja. Wow. Was? Hilfe! Weg! 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 Na. Und falsch hat er noch. Nein! Nein! Aua! Hilfe! Hilfe! Ich glaube das wars. Hm? Wie weit ist er weg? Oha. Da ist er. Hilfe! Weg! Ja. Halt er rüber. Aber täuschen und. Wupp! Was? Halbes Herz. Ach du Kacke. Schnell was. Hilfe! 80 Fleck. Halbes Herz. Was ist hier los? Wird man einfach mit in den Kampf teleportiert und kriegt es nicht mal mit. Weil man sich so blöd ausstellt. Da rennt man den Gegner in die richtige Richtung. Mach einmal lieber weg. Waa! Uh. Hm. Schnell weg. Das ist mir doch ein bisschen zu. Was? Schon wieder. Ja. Sind wir uns auch. Mhm. Zum Glück haben wir Wasser immer. Obwohl wir den jetzt auch nicht mehr hin. Weil ich ihn natürlich ausklärt habe und nicht mehr exakt. Oh man ey. Ach. Zur Höhle wieder. Ah der guckt gerade nicht dann. Würde ich sagen. Stecken wir uns noch mit. Ich muss mal essen. Regenere. Sechs Leute sind noch da. Und ich hoffe dass der uns nicht findet da unten in unserem schönen Loch. ECHO. Vielleicht finden wir ja Diamanten. Das wäre doch mal witzig. Oh. Ist schon weg. 200 Glück. Ah. Endlich mal bisschen Sicherheit. Nicht wieder gleich in den Kampf. Das ist das was mich so stresst. Wenn man in den Kampf rein teleportiert. wird. Und einfach gar nichts machen kann. Wenn man nicht damit rechnet. Wahrscheinlich nur einen Apfel in der Hand hat. Oder gerade einen Kompass oder so eine Schwester. Naja. Übung macht der Meister. Weiß man ja. Und. Ja. Übe der Meier. Na. Immer noch keine Levin hat. Man muss die Kuh wohl dran glauben. Die Kuh macht muh. Und ist tot. Sup. Wenn jetzt da ein Zaubertisch irgendwo steht. Nee. Der ist wohl weg. Vorhin war einer da. Oder? Ich habe doch nicht gesehen. Hä? Wo war denn der? Na ja. Dann halt nicht. Ein Speedblock. Sup. Oh. Oh. Da rennt jemand weg. Der hat doch Angst. Der hat bestimmt nicht mehr viel Leben. Bam. 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 Stirb doch. Stirb. Hey. Feuer ist heiß. Weg. Komm. Ich krieg dich. Ich krieg dich. Kiste lasse ich Kiste sein. Ich will den. Ich bin schneller. Ich habe einen Speedblock. Jawohl. Ich glaube der ist die Klasse die wieder Leben kriegt wenn sie Tyrium bringt. Deshalb bringt er mir Tyrium. Aua. Voll scheiß. Ich sag's gerade nur und jetzt brenne ich. Scheiße scheiße. Wasser. Wasser. Ach gut. Acht Herz geht ja noch. Oh. 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 Boom. Stirb. 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 Nein. Anderthalb Herz. Nein. Schon wieder. Was? Nein. Oha. Ein Herz. Zum Glück hat er auch wenig Leben. Das ist. Das haben wir jetzt weggelassen. Oh. Oh. Nein. Das ist ja der. Hilfe. Weg. 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 Kommt er? Oh. Oh oh. Ich möchte nicht sterben. Da wäre jetzt ein Zaubertisch gewesen. Aber natürlich jetzt wieder wo man verfolgt hat. Ist ja klar. Und unsere Richtung ist auch nicht so die beste oder? Weiß nicht 6 1,5. 5 1,5 sogar nur. Oh. Ohne Hose. Goldhelm. Super. Was ist das eigentlich? Einmal ein Halbsherz, einmal ein Herz nach dem Brennen. Weil man auch mit zwei Herz dann nur ins Feuer reinnen muss. Das ist professionell. Das macht jeder. Aber jetzt können wir einen neuen Angriff starten. Während da zwei Kämpfen. Jawohl, der Obre ist glaube ich ziemlich geschwächt. Der untere kann nicht mehr abgesehen werden. nicht raus, dann nimm er den jetzt Was? Ach nee, genau in dem Ach komm ey Ach was ist das? Das muss doch nicht sein Ah gut, ich kämpfe weiter Vielleicht können wir uns da ein bisschen einmischen Jetzt wird er tauschen, na egal Mach mal den Schwupp, schwupp Und hinterher Wenn der abhaut, ist das ein gutes Zeichen Aber irgendwie ist der ein bisschen schneller Na dann halt nicht Wo ist der andere jetzt? Weg Ach nee, da Oh Boom, boom Ich habe Angst, drei Herzen wieder bloß Wie kann man das eigentlich die ganze Zeit Anderthalb, ein Pfeil müssen weg Oh 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 Wie kann man das die ganze Zeit überleben, ich versteh das gar nicht Aber jetzt müssten wir eigentlich ein bisschen vorspuren Wir haben aber gar nicht 15 Blöcke, wie kann der auf uns Zwei, drei Pfeile schießen? Trotzdem so nech da ist Das verstehe ich nicht Schnell weg Anderthalb 220 Blöcke Jawoll Erstmal essen Haaa, Schnitzel Nyam 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 Hose fehlt er noch, also Jetzt nehm ich Und ein bisschen Eis und Diamante wären jetzt auch nicht schlecht Aber immerhin siebe Rüstung Und Es sind nur noch drei Spieler Und Es sind nur noch drei Spieler Wir sind unter der letzten drei Podestplatz Mindestens Bronze Das Das Ist Eine ziemliche Seltenheit Bei mir Ich will gerne wissen, wie die Runden aussehen Die Teilweise Spiel Fliege ich runter Find keine Küste Und sterbe So richtig schön Und spektakulär Dann regt es mich auf, dass ich überhaupt die Zeit verschwendet habe Und das Spiel gespielt habe Naja Ich muss erst mal richtig ausrüsten So sieht das Ganze schon viel besser aus Aber In Zaubertisch Wir haben immer noch keinen In eine ruhige Minute gefunden Immer nur in Hektik Was sind wir da? Aha Egal, den Rest lassen wir drin Gold brauchen wir nicht Wir haben das nächste Eise Ausgerichtet Das brauchen wir eigentlich auch alles nicht Egal Da war etwas Gutes dabei Das war jetzt aber ein bisschen Dussel für uns So Wo ist die Richtung? Richtung, Richtung, Richtung Hallo Ach komm Ah Ah Hat er nicht eine Hose irgendwo? Nee Doch nicht Hä Oh oh Jetzt ist die Frage Hat er schon bessere Sachen? Hat er sich deshalb liegen lassen? Oder Hat er einfach keine Zeit gehabt, weil er gleich teleportiert worden ist? Gut, er hat schon was im Chat geschrieben Immerhin Hm Wir sind Im Finale sozusagen 120 Blöcke Hm Immer noch Oder Mit neuen Diamanten Doch Nur Werkbank Aha Hose 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 Wir sind nicht ausgedrückt worden Oh 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 Aua oa Und rum Weg Ja Ich habe Nix Pfeile 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 Ja das hält ein bisschen ab Geh weg Geh weg Er ist ein Apfel Oder? Ja Shit Nein Nicht mit dem Apfel Oh nein Aus Schade das war dann wohl der zweite Platz immerhin, für mich ist das überdurchschnittlich ich hoffe es hat euch gefallen ich fand es spannend, wir waren ziemlich lang ziemlich schlecht und ja vielleicht bis zum nächsten Mal, vielleicht kommt ja mal wieder sowas in der Art, mal sehr bis dann, ciao